Die beste Möglichkeit, eine Webseite gegen Angreifer zu schützen, ist es, selbst zum Angreifer zu werden. Sich zu überlegen, wie denkt ein Angreifer, wie geht er vor, wenn er eine Seite kapern will? Welche Hintertür gibt es und wie findet er die Schwachstellen? Wenn wir unser WordPress-Blog gegen solche Angreifer schützen wollen, dann müssen wir wissen, wie sie vorgehen und ihnen dann genau in dem Moment einen Strich durch die Rechnung machen. Und genau darum geht es in diesem Videotraining. Lernen Sie die Denkweise von WordPress-Crackern kennen und wehren Sie sich dagegen. Ich habe Ihnen eine stattliche Anzahl von Angriffsvektoren zusammengestellt und, und das ist das Entscheidende, ich zeige Ihnen, wie Sie sich dagegen schützen können. Wenn Sie erstmal wissen, wie so eine Brute-Force-Attacke vonstatten geht, dann ist es ein leichtes, sich dagegen zu schützen. Wenn Sie von einer Nachbarinstallation mal ein WordPress-System geknackt haben, dann denken Sie in Zukunft immer daran, die Namen der WordPress-Tabellen in der Datenbank zu ändern. Bei einer Neuinstallation ist das übrigens kein Problem, aber ich gehe in diesem Tutorial auch darauf ein, wie Sie ein bestehendes WordPress wirkungsvoll vor Angreifern schützen können. Je mehr ein Angreifer über ein Zielsystem weiß, desto leichter findet er Wege, es zu attackieren. Also verstecken wir einfach wichtige Informationen vor Eindringlingen. Dazu gehört das Admin-Verzeichnis ebenso wie die Versionsnummer oder Fehlermelderung Ihres Systems. All das sind wertvolle Informationen für den Eindringling und für Sie. Aber nur Sie sollten diese Informationen haben. In diesem Videotraining versuchen wir also, WordPress-Angreifern gegenüber abzusichern. Voraussetzung dafür ist, dass Sie bereits eine eigene WordPress-Installation haben und dass Sie den Admin-Zugang dazu auch besitzen. Programmieren müssen Sie dafür nicht unbedingt können, aber eigentlich schaden solche Programmierkenntnisse ja nie. Begeben wir uns also in die dunklen Ecken des Internets und leuchten mal mit unserer Taschenlampe ein bisschen dorthin. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit diesem Videotraining und einer allzeit sicheren WordPress-Installation. O-N-Euro-oid program in стен .... W W W